Herzlich willkommen in der Gaststätte M. Kontörke. Direkt an der Burg Linn, in Krefeld gelegen, empfangen wir Sie in traditionellem Ambiente. Nehmen Sie an unseren rustikalen Tischen Platz und lassen Sie sich mit den Spezialitäten unseres Hauses verwöhnen. Ob mit der Familie, Freunden oder Arbeitskollegen, wir sorgen für Ihr leibliches Wohl. Gerne laden wir Sie auch ein, unsere Original-Kegelbahn aus dem Jahre 1954 auszuprobieren. Schauen Sie bei uns vorbei. Schauen Sie bei uns vorbei.